Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe des Wochenrückblicks. Mein Name ist William und ich kehre einmal für euch pro Woche die wichtigsten Neuigkeiten aus dem Augmented Reality Bereich und dem Virtual Reality Bereich zusammen. Und was in dieser Woche so abging, das gucken wir uns jetzt an. Der erste Bereich, über den ich reden möchte, ja es kehrt jede Woche eigentlich immer wieder, ist die Apple VR Brille. Die Gerüchte um dieses Virtual Reality Headset von Apple reißen einfach nicht ab. Nun ist bekannt geworden, dass am 7. bis 11. Juli die WWDC stattfindet, das ist die weltweite Entwicklerkonferenz von Apple, ist eigentlich dafür gedacht, dass dort neue Software vorgestellt wird. Unter anderem kann man dieses Jahr erwarten iOS 15, iPadOS 15, macOS 12, watchOS 8 und tvOS 15. Auch wenn wir jetzt schon so viele Softwarekomponenten damit dabei haben, wie viel eigentlich dieses Jahr auf der WWDC vorgestellt wird, so eigentlich wie jedes Jahr, ist das noch nicht genug für einige Analysten und die sagen, naja, es könnte in einigen Monaten durchaus das neue Mixed Reality Headset von Apple vorgestellt werden. Und wenn, in kommenden Monaten, so die Gerüchte, soll das nicht für die WWDC prädestiniert sein. Laut einem Bloomberg Bericht behauptet der Apple Analyst Mark Gurman, beziehungsweise Apple Leaker Mark Gurman, dass das VR Headset von Apple oder Mixed Reality Headset, sagt er, in den nächsten Monaten vorgestellt wird. Eigentlich ist die WWDC, wie ich ja gerade schon erwähnt habe, ein reines Software-Event. Aber Apple hat auch schon in der Vergangenheit gezeigt, dass es an diesem Event neue Hardware vorstellt. Unter anderem ist mal ein MacBook vorgestellt worden, das neue iPad Pro und natürlich auch die Smart Home Speaker der Apple HomePod. Ob Apple sich jetzt dazu hinreisen lässt, ein komplett neues Hardware-Produkt auf der WWDC vorzustellen, mag ich ein bisschen zu bezweifeln. Auch wenn das neue Teaser-Bild, was Apple rausgehauen hat zur WWDC, das seht ihr übrigens jetzt hier, dann kann man natürlich vermuten, ja, es ist ein Memoji mit einer Brille auf und sie guckt auf einen Laptop. Und ja, die verschiedenen Symbole der Apps, die spiegeln sich in der Brille so, dass es dazu Anlass gibt, wieder Sachen da hinein zu interpretieren, dass Apple eben ein Augmented Reality Headset oder ein Mixed Reality Headset in diesem Bereich jetzt mal ankündigen wird. Aber die Gerüchte, ihr merkt das jetzt auch in den letzten Wochen, verdichten sich einfach immer mehr, dass Apple jetzt in Zukunft mal ein wirkliches Produkt releasen wird oder ankündigen wird, was eben im Virtual- bzw. Augmented Reality-Bereich spielt. Ja, wir warten allerdings schon vergebens darauf und ich möchte das Ganze auch ein bisschen bremsen, weil wir die Erwartungen in diesem Bereich nicht zu hoch schrauben sollten. Apple wird es releasen, wenn es soweit ist und nicht, wenn wir es verlangen. Das ist schon immer so gewesen, auch im letzten Jahr hat man schon das ein oder andere Gerücht gestreut und gehofft, dass Apple eben im Augmented Reality oder Virtual Reality Bereich etwas ankündigt und es ist nichts gekommen. Von daher, die Erwartungen ein bisschen runterschrauben, Leute. Es kann durchaus sein, dass auf der WWDC kein einziges Wort zu Augmented bzw. Virtual Reality verloren wird. Wenn euch weitere Informationen zum Apple VR Headset interessieren, ich habe hier oben mal was verlinkt, für diejenigen, die das Ganze auf YouTube gucken und für diejenigen, die das Ganze als Podcast hören, einfach mal unten in den Shownotes vorbeigucken. Die nächste Neuigkeit, die ich mit euch bequatschen möchte, betrifft die Oculus Quest 2. Sie ist das wohl in dem Zeitraum, in dem sie jetzt schon draußen ist, das erfolgreichste VR Headset überhaupt. In einem Interview mit, wie soll es anders sein, Bloomberg, hat Andrew Bosworth, das ist der Facebook XR-Chef, verkündet, dass sich das Headset wirklich gut verkauft hat. Er hat auf die Frage, wann VR eigentlich nun mal im Mainstream ankommen wird, Folgendes geantwortet. Ich denke, dass es gerade anfängt zu passieren. Die Tatsache, dass sich Oculus Quest 2 in wenigen Monaten besser verkauft hat, als alle Vorgänger zusammengenommen, ist ein starker Indikator dafür, dass wir die Frühanfängerphase hinter uns gelassen haben und uns immer stärker den Mainstream nähern. Doch das ist nicht alles, was Bosworth im Interview gesagt hat. Er sagt weiterhin, dass die Einstiegskosten von VR weiterhin gesenkt werden müssen, damit eben eine möglichst breite Masse dieses Produkt nutzen könne. Es ist beispielsweise auch so, dass Einnahmen aus dem Oculus Store direkt reinvestiert werden, um eben die Gerätekosten der Oculus Quest oder deren Nachfolgermodelle zu senken. Das hat Mark Zuckerberg in einem anderen Interview mal verlauten lassen. Wo wir gerade bei Mark Zuckerberg sind. Er hat übrigens auch eine, ich nenne es mal, magische Zahl genannt, die nötig wäre, damit VR wirklich als Medium im Mainstream angekommen ist. Die Zahl beziffert sich auf 10 Millionen aktive Nutzer. Das bedeutet also, auch für die Oculus Quest 2 ist noch ein langer Weg zu gehen, bis dieser Mainstream erreicht ist, denn ich denke, 10 Millionen Exemplare werden sie noch nicht insgesamt verkauft haben. Nichtsdestotrotz ist die Marschrichtung doch schon mal nicht verkehrt. Dass Facebook für VR eine Menge gemacht hat, was Mainstream-Tauglichkeit angeht, das ist unbestritten. Allerdings hoffe ich, dass durch diesen Schub, den Facebook jetzt einfach mit der Oculus Quest 2 bekommen hat, andere Unternehmen neugierig werden auf den Bereich, auch dort einsteigen und vielleicht nicht mit dem gleichen Geschäftsmodell wie Facebook an den Tag treten. Als letzte Neuigkeit habe ich euch diesmal Nachrichten aus dem Pokémon Go-Universum mitgebracht. Naja, fast. Denn Niantic, die Entwickler von Pokémon Go, haben in der vergangenen Woche eine eigenständige Augmented Reality-Brille auf Twitter angeteasert. Bei dem Tweet war natürlich nicht nur ein Bild zu sehen, sondern der CEO John Hank hat noch etwas dazu geschrieben. Und zwar folgendes. Es ist aufregend, den Fortschritt zu sehen, den wir bei der Entwicklung neuer, unserer Plattform nutzender Geräte machen. Damit meint er die Real-World-Plattform, auf der sämtliche Augmented Reality-Anwendungen von Niantic basieren. Allerdings ist es unwahrscheinlich, dass Niantic dort eine wirklich autarke Augmented Reality-Brille auf den Markt bringen wird. Sie wird sich eher an der Unreal Light orientieren und eben mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit mit dem Smartphone verbunden werden müssen. Die Unreal Light ist allerdings kein wirklich günstiges Vergnügen mit 800 Euro, nur die Brille. Man braucht natürlich auch noch ein entsprechendes Smartphone dazu. Und von daher hoffe ich, dass Niantic dort einen Schritt in die richtige Richtung macht und uns als Endkonsumenten mit einem attraktiveren Einstiegspreis zuwinkt. Okay, das waren soweit die VR und AR News für diese Woche. Mein Name ist William von Dinextion. Wenn ihr mir einen Gefallen tun wollt, könnt ihr das Ganze natürlich auch ein bisschen pushen, indem ihr mir eine Bewertung auf iTunes dalasst. Oder wenn ihr das Ganze als Video konsumiert, könnt ihr natürlich auch auf YouTube den Daumen nach oben pushen und mir einen Kommentar dalassen. In diesem Sinne jetzt aber wirklich, ich verabschiede mich für diese Woche. Reingehauen, bis zum nächsten Mal. Peace out.